Ein großes Problem in Unternehmen oder in größeren Unternehmen ist, dass unterschiedliche Softwarearten von unterschiedlichen Herstellern kommen. Und wir sind in der Lage, diese unterschiedlichen Softwaretypen miteinander kommunizieren zu lassen. Also sei es ein Shopsystem und ein Warenwirtschaftssystem. Das kann man sich vorstellen wie ein Dolmetscher, der zwei unterschiedliche Sprachen für die andere jeweilige übersetzen muss. So kurz gefasst, das ist eine Schnittstelle. Der Kunde wollte seine Arbeitsschritte reduzieren, indem er seine Produkte nur noch bei Amazon listet und diese zeitgleich in seinem eigenen Shop online sind. Dafür haben wir eine Schnittstelle entwickelt, die die Produkte aus seinem Amazon Shop direkt in seinen herkömmlichen Shop integriert und importiert und somit der Kunde, unser Kunde nur eine Plattform pflegen muss. Für ihn ist somit die Arbeitszeit halbiert. Die Arbeitszeit halbiert. Die Arbeitszeit halbiert.